Grillenzirpen, Vogelgezwitscher und Delfingeschnatter, was sich nach einem bunten Mix aus Naturgeräuschen anhört, ist der Klang der Erde, denn der Planet sinkt. Eine Raumsonde der internationalen Luft- und Raumfahrtbehörde NASA hat den sogenannten Chorus aufgenommen, die unheimlich klingende Strahlung der Erde. Dieser Chorus ist ein elektromagnetisches Phänomen, das durch die Plasmawellen im Strahlungsgürtel der Erde entstehen. Diese Plasmawellen sind für den Menschen eigentlich nicht hörbar. Ein wissenschaftliches Team von der University of Iowa entwickelte eine besondere Antenne. Mithilfe magnetischer Spulen gelang es den Forschern, diese Funkwellen des Chorus für das menschliche Ohr hörbar zu machen. Experten wollen auf diese Weise nun mehr über die hochenergetischen Teilchen im Strahlungsgürtel der Erde erfahren.